Warum braucht man überhaupt eine private Absicherung, wenn es doch den gesetzlichen Schutz gibt? Recht einfach, die private Versicherung bietet oft einen umfangreicheren Schutz und zahlt in der Regel höhere Leistungen. Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente setzt ein sehr hohes Maß an Unfähigkeit zur Arbeit voraus. Man muss praktisch gar nicht mehr in der Lage sein, irgendeine Tätigkeit auszuüben. Nicht nur den eigenen Beruf, sondern auch keinen anderen. Zudem liegt die Höhe der gesetzlichen Rente meist deutlich unter dem bisherigen Einkommen und reicht oft nicht aus, um den gewohnten Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz dazu zahlt die private Berufsunfähigkeitsversicherung bereits dann, wenn ihr euren aktuellen Beruf zumindest 50% nicht mehr ausüben könnt. Das bedeutet, ihr erhaltet Unterstützung, auch wenn ihr vielleicht noch in der Lage seid, eine andere Tätigkeit auszuüben, die jedoch weniger gut bezahlt ist. Ein Beispiel. Ein Lokführer hat wegen eines Personenschadens eine posttraumatische Belastungsstörung und kann nicht mehr ins Cockpit steigen. Die BU zahlt dann schon die festgelegte Rente. Eine Erwerbsminderungsrente würde er aber nicht bekommen, da er noch in der Lage ist, andere Bürotätigkeiten ohne Probleme zu erledigen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Berufsunfähigkeitsversicherungen gleich sind. Einige bieten umfangreichere Leistungen als andere oder haben unterschiedliche Einschränkungen. Am besten vergleicht ihr verschiedene Versicherer und ihre Tarife und holt euch verschiedene Angebote ein. Und hier könnt ihr euch gerne an uns wenden. Wir haben absolute BU-Profis, die das den ganzen Tag machen und sich super auf dem Markt auskennen. Nutzt gern unseren Online-Rechner, um einen ersten Eindruck für die Kosten zu gewinnen, fordert im Anschluss einen individuellen Tarifvergleich an und lasst euch von uns unabhängig beraten. Das alles ist kostenfrei und unverbindlich. Den Rechner und unsere Webseite zum Thema findet ihr unten in der Infobox. Was denkt ihr? Würdet ihr eine BU abschließen oder welche Fragen beschäftigen euch vorher noch? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Hier findet ihr weitere Videos zum Thema. Hat euch dieses Video hier gefallen, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video.